Es gibt bestimmte Anlässe, zu denen ich mir immer mal wieder eine Uhr gegönnt habe. Ein solcher Anlass ist es, wenn es im Betrieb den Bonus gegeben hat. Und ein Teil des Bonus ist im Jahre 2022 in die SYN 105 STSAUTC weiß geflossen. Die SYN 105 war damals relativ neu und ich wusste nicht so genau, was ich von der Serie halten sollte. Weil durch die rundlichen Indizes, die rundlichen Zeiger, es ein untypischer SYN ist. In dem Sinne, dass sie etwas moderner ist, noch reduzierter und trotzdem den Toolcharakter der SYN-Uhren nicht vermissen lässt. Der Drehring ist gehärtet und mit einer Hartstoffbeschichtung versehen absolut kratzresistent. Super, das mag ich sehr. Ich wollte auch sehr gerne eine Uhr mit weißem Blatt haben. Funktioniert sehr gut, gerade auch weil die Indizes und die Zeiger schwarz umrandet sind, ist das immer noch wirklich klasse ablesbar. Das könnte oder hätte eine meiner am meist getragenen Uhren werden können, wenn nicht der UTC-Zeiger so dominant wäre. Ich habe es glaube ich damals schon vermutet, ich weiß nicht, ob ich es schon mal so ausdrücklich thematisiert habe. Der UTC-Zeiger lenkt mich persönlich regelmäßig vom normalen Stundenzeiger ab, weil er durch die Farbgebung optisch regnanter, optisch dominanter ist als der normale Stundenzeiger. Da es sich aber nicht um einen Zeiger auf 12 Stunden Basis handelt, sondern auf 24 Stunden Basis, ist es für mich oft schwierig anhand des 24 Stunden Zeigers schnell und intuitiv die Zeit abzulesen. Wir hätten hier auf dieser Einstellung 11 Minuten nach 9 Uhr abends. Der Zeiger ist aber genau zwischen 8 und 9 Uhr auf der 12 Stunden Skala für den regulären Zeiger. Das verwirrt mich immer wieder. Das heißt, ich trage diese Uhr gerne und immer dann, wenn ich weiß, dass ich nicht schnell und intuitiv auf die Uhr gucken möchte. Beim Radfahren zum Beispiel, wenn man einfach nur mal ganz kurz drauf blickt und nicht die Zeit hat, die Zeiger bewusst zu sortieren, würde ich diese Uhr nicht so gerne tragen. Da habe ich Uhren, die sind wesentlich besser ablesbar. Ansonsten, was die Bauhöhe, was den Tragekomfort betrifft, habe ich an der Uhr überhaupt nichts auszusetzen. Die Lünette ist natürlich superklasse. Mit der Härtung, Tegiment nennt Sinn das. Das Verfahren ist kolsterisieren. Der Hartstoffbeschichtung der Lünette, klasse, wirklich super. Die Uhr sieht auch ansonsten noch sehr gut aus. Eine wirklich robuste Uhr. Über das Sinnband gibt es viele unterschiedliche Meinungen. Ich persönlich mag diese einfache Schließe grundsätzlich, weil man mit Hausmitteln schnell und einfach etwas nachbiegen kann. Wenn etwas nicht passt, zu locker oder zu fest sitzt, man muss nicht zu einem Uhrmacher gehen, sondern hat es sehr schnell selber erledigt. Und insofern ist das ein Punkt, der für mich eher positiv als negativ zu beurteilen ist. Je aufwendiger und je komplizierter und je technisch anspruchsvoller eine Schließe wird, umso weniger werde ich sie selber richten können, wenn etwas nicht passt. Und umso eher müsste ich zu einem Uhrmacher oder zu einem Konzessionär gehen. Deshalb mag ich diese einfachen Sachen durchaus gerne. Optisch gefällt mir diese Uhr nach wie vor richtig gut. Und ich bin ziemlich sicher, dass sie definitiv nicht auf meine Verkaufsliste kommt, sondern in der Box bleibt. Und zwar immer dann, wenn ich Lust habe, auf ein weißes Blatt einen leichten Farbakzent und auch weiß, dass ich an dem Tag immer die fehlende Sekunde habe, um mir die Zeiger zu sortieren und die Uhr dann so ablesen zu können, wie es gedacht ist, nämlich mit den beiden weißen Zeigern für die Primärzeit und den dominanten orangenen Zeiger zu ignorieren. Denn der ist ja in Anführungsstrichen nur für die zweite Zeitzone.